Hallo, in diesem Tutorial möchte ich Ihnen erklären, wie Sie Ihr Profil im Autodesk-Account bearbeiten. Zunächst müssen Sie die Startseite Ihres Autodesk-Accounts aufrufen. Einen Link zu dieser finden Sie sowohl in der Willkommens-E-Mail als auch in der Bestellbestätigung. Auf dieser Seite sind nun die Login-Daten einzugeben, die Sie in Ihrer Willkommens-E-Mail erhalten haben. Es öffnet sich eine Übersicht mit den Reitern Mein Profil, Sicherheitseinstellungen, verknüpfte Konten und Einstellungen. Bei Mein Profil haben Sie die Möglichkeit, Ihr Profil zu gestalten und beispielsweise ein Bild einzufügen, indem Sie auf den Button Bearbeiten Profil klicken. Unter den Sicherheitseinstellungen können Sie den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse und das Passwort ändern. Falls Sie die E-Mail-Adresse ändern, klicken Sie bitte anschließend auf Überprüfen E-Mail. Außerdem steht Ihnen die Funktion der Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Verfügung. Hier haben Sie die Option, aus Sicherheitsgründen einen zweiten Code zu unterlegen, zum Beispiel Ihre Telefonnummer. Der Account wird dann beispielsweise über eine SMS verifiziert. Über verknüpfte Konten können Sie Ihren Autodesk-Account mit verschiedenen sozialen Medien, zum Beispiel Ihrem Facebook-Account, verbinden. Unter Einstellungen ist es möglich, die Sprache auszuwählen. Außerdem können Sie ein Newsletter abonnieren und so aktuelle Informationen zu neuen Produkten und Angeboten per E-Mail erhalten.